Ja, und ein Happy New Year an alle anderen. Ja, es ist wieder soweit, eine neue Folge Minecraft. Jetzt beginnt die Staffel 2. Genau, so machen wir es. Staffel 2 Welt überleben. Weitere Weltoption schon hat. Bonusruhe mache ich an. Den Restruhe. Standard, super flach, große Biome, zerklüftet. Mal das mal Standard. An, Tempel, Festung, ja, alles an. Und fertig. Und es geht los. Mal sehen, in welcher Welt wir landen. Die Petersilien-Kartoffel-Welt, also Staffel 1 Welt, gibt es nicht mehr. Also die gibt es noch zum Download, aber so habe ich sie nicht mehr. Oh. Wir sind am Wasser gelandet. Mit Schafen. Da haben wir schon mal ein bisschen was mit dem Werkzeug. Wir nehmen noch das hier alles mit. Ja, meh. Oh, wir können auch noch brauchen. Ich habe einen guten Platz gefunden. So, für mich. Das war genau hier. Das heißt also, wir müssen nur das hier ein bisschen abflachen. Machen wir erstmal mit der Fackel hier so. Ja, was habt ihr euch jetzt auf den Vorsatz genommen? Schreibt das in die Kommentare. Ich habe mir zum Vorsatz genommen, erstmal nicht mehr so viel Platz zu geben. Gleich noch jetzt schauen. Führerschein, Autoführerschein, verstehe ich nicht mehr. Sicht am Alkohol. Die Spiele, die ich jetzt erstmal habe. Spielen. Vielleicht erstmal. Jo. Jetzt werden wir noch öffnen die Zeit. Erstmal die wichtigsten Rechnungen. So, dann haben wir den hier gleich mal abgeflascht, die Stelle hier. So, dann wollen wir mal ein bisschen Stein kloppen. So, dann wollen wir mal ein bisschen Stein kloppen. Hm. So, dann, wenn ich fertig bin mit Stein kloppen. Ich bin 20 Stein kloppen. Ich bin 20 Stein kloppen, dann greif ich mir wohl erstmal. Hm? Nee, ja, ja, du mich auch scharf. Hm. Oh. Oh. Gucken wir uns erstmal hier noch. Oh, oh, Kohle, 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 Kohle. Lass mal hier noch ein bisschen Unsehen. Tja. Lass mal die ganze Kohle hier wegholen. So, weg damit, weg damit. So, ganz gut hier weg. Ja, weg damit. Weg, 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 weg. So, das war die Kohle. Ich wollte die auch noch auf Eisenjagd geben. Je mehr Kohle man hat, desto besser. Ja. Es ist hier oberflächlich erstmal nur Kohle. Die lassen wir jetzt mal in Ruhr. Suchen nach Eisen. So. Da haben wir eine Höhle, da gehen wir mal rein. Gucken, ob wir 4 Batzen Eisen finden. Wenn wir uns ein Bett machen können. Oh. Okay. Noch 1. Licht machen. Schrauben. Untertitelung des ZDF, 2020